Selten hört man auf der Strasse die vielen Sprachen, die wir jetzt gehört haben. Einige dieser Leute sind Flüchtlinge, die hier in Gelderkindern und Umgebung leben, die hier Deutsch lernen und die mithelfen, eben auch jetzt mit Speisen, dass sie ihre Kultur zeigen. Andere dieser Frauen, die jetzt hier gesprochen haben, treffen sich einmal im Monat in einem internationalen Frauentreffen. Vielen Dank allen, die hier sind und allen, die hier jetzt gesprochen haben und die Vielfalt gezeigt haben, die wir hier sehen können, die man oft nicht wahrnimmt, aber die heute jetzt wirklich da ist. Wir ermutigen alle, mit den Leuten, wenn sie sie wieder treffen, Kontakt aufzunehmen. Vielen Dank für alle, die hier sind. Vielen Dank euch allen, die ihr hier gesprochen habt.